Was geht ab Leute, Szene ist wieder da und heute mit einer mega Enthüllung, es ist so fucking krass, unglaublich was Oda da tut, ich kann es echt noch nicht fassen. Ok, Konzentration, Woosa, auf geht's, auf jeden Fall, ich hatte ja in einem meiner Videos angekündigt, dass für Kapitel 912 etwas großes mit Sanji passieren wird und das hatte Oda beziehungsweise ein Editor oder die Shonen Jump in ihrem letzten Magazin ja gesagt. Und dieses Geheimnis ist jetzt gelüftet und macht euch auf was gefasst, das ist wirklich Mind Blow pur, sowas gab es in One Piece bisher noch nie, also ein Editor hat das Geheimnis nun an die Luft gebracht und mir bleibt dabei einfach nur die Luft weg, sorry. Sanji krass ey. Das ganze ist sogar so krass, dass ich einfach mal dachte, hier mach ich jetzt einfach mal die Facecam an, einfach nur damit ihr meine Reaktion seht, weil manchmal das was ihr seht, glaubt ihr mehr als das was ihr hört. Also in Kapitel 912 bzw. in der Shonen Jump Ausgabe in der Kapitel 912 rauskommt, könnt ihr lesen und jetzt haltet euch wirklich fest, schaltet jetzt ab, wenn ihr nicht gespoilert werden wollt. Ganz wichtig. 3, 2, 1 Pech gehabt. Also es wird einen 35 Seiten umfassenden One Shot Manga von den Food Wars Machern rauskommen, welcher heißt Shokugeki no Sanji. Und das ganze wird vermutlich ein Crossover One Piece X Food Wars, welcher Sanji mit dem Protagonisten von Food Wars ein Kochduell startet. Ok, für alle die mein übertriebenes Spielen nicht erkannt haben, die ganze Aufmachung des Videos dient nur zur Anschauanschaulichung meiner Enttäuschung dieses Lies. Ich meine es schön. Wenn es Crossover zu One Piece kommen, ist es schon eine coole Sache, aber oder? Really? Das ist das krasse was mit Sanji in Kapitel 912 passiert? Oder was halt geleakt wird? Echt enttäuschend. Tut mir leid. Achja. Und ich wollte mal in diesem Video testen, wie es sich so anfühlt, alles und jeden Scheiß zu hypen, wie so manch anderer meiner Kollegen, wo im und über steht, WTF, OMG, das habt ihr noch nie gehört. Und dann ist es meist irgendein Kack, der dann verzapft wird, ohne Sinn und Verstand. Oder andere Sachen. Naja gut. Ich hoffe, ihr seid nicht ganz so enttäuscht wie ich über dieses Crossover. Und das Video hat euch trotzdem gefallen. Wenn ja, wisst ihr ja wie immer. Daumen nach oben. Abo Button. Link Glöckchen nicht vergessen. Und ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Video wieder. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und haut rein. Ciao. Shut your mouth.